20 Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hier geht's um mehr. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Wir müssen schnell agieren. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Farrer! Reden wir! Wir brauchen Hilfe. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Dann helft uns suchen. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ihr alle NATO. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Wir leben so jeden Tag. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg. Sie brechen jetzt durch. Wir brauchen einen neuen Extraktionspunkt. Komm zu uns, Tochter. Rette dich. Ich führe Soldaten und du nur Mörder. Wir sind doch alle Mörder. Oder? Ich steh's, Käpt'n. Willst du sie sterben? Chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Fixen sie's. Wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Keine Zeit! Nicht bewegen! Stopp! Wo immer du sie ziehen musst. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Das ist ihre. Wir sind alle etwas erholt. Die Einsatzregeln haben sich geändert. Ist das Ziel nicht zu identifizieren? Bist du das Ziel? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Zu einem kurzen Let's Play natürlich wieder. Dementsprechend geht es um die Kampagne von COD Modern Warfare. Von dem neuen Game, was rausgekommen ist. Und die würde ich gerne mal angucken. Und würde mal schauen, wenn wir da durchzocken. Und ich meine, dementsprechend die ganze Welt nehmen. Wir spielen auf, dementsprechend mal als Soldat. Dass es angenehmer zum Spielen ist einfach. Dementsprechend im Let's Play. Und schauen uns mal das Ganze an, was hier abkommt. Es ist kein Krieg des Glaubens. Wir vertreiben sämtliche fremden Mächte aus unserem Land. Wir sind Al-Katala. Wir sind die Mörder. Ein Kampf ohne Reue. Ein Krieg ohne Mitgefühl. Nur so werden wir leben. Und sterben. Ein wahrer Soldat. Echo 3-1, ein Charlie-2-Kommandeur. Kommandeur, hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich keine. Verstanden, 3-1. Hitman-Team ist bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht, bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Laswell, schieben Sie los. General Barkov hat neues Chlor-Gas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursextam bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe. Aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Fliege. Keine Garantie, dass die russische Armee still hält, hängt. Verstanden, Alex. Find die Jax-Gas. Barkov sei klar, um Beschuss von russischem Militär. Ruhe. Rack. Schauen Sie sich hier an. Hier ist der habe ich Dasex-Gas. Die Angriffs-Gas. Gehen wir. An alle Interpreis. Rückz zur Eurem Einsatzgruppe vor. Verstanden. Unterwegs. Wir müssen uns beeilen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Sie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen. Wie würde sich ein russischer General nicht mehr begraben lassen? Yo. Ja, die ersten zehn Bahnhofen haben wir schon mal extremes Geil. Also von der Grafik her, Landschirm und das Game. Und ich muss sagen, ich spiele hier auf dem neuesten PC. Ich spiele auf, äh, im Xeon. Jetzt könnt ihr damit nachher um 79 sogar noch. Und da, sogar da schaut das Game noch richtig gut aus. Sie sind fällig. Wurde sie euch. Wir sind sicher. Verstanden. Auf dem Campus Tieren und Gelände beobachten. Alles klar. Gut zu wissen, wir sind schon mal Alex heißen wer oder Alex. Wenn man das nicht mal noch ausspricht. Transport für das Gas. Fahrzeug bewegt sich. Patrouillenfahrzeug. Söldner. Ein Sicherheitsteam. Gute Ziele. Kein russisches Militär. Es kann losgehen, CIA. Was ist denn, was ich hier machen kann? Äh, das ist viel. Echo 3-1, fordern Sie den Luftschlager. Ach so, okay. Vordere Bombardierung an 3-1. Blue Viking 5, Hitman 7-1 hier. Ungeschützte Feinde. Freigabe zum Feuern. Roger 7-1, Ziel erfasst. Feuer frei in 5 Sekunden. Bin ja mal gespannt. Echo 3-1, gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Jo. Biss auch ja Bescheid. Ah, das ist Light. Ich dachte mir, ich war irgendwie... So, ich glaube, ich bin 3-1. Hm. Ich habe einen im Blick. Ausräuchern, jetzt. Gesichert. Los, weiter. Da hat wohl jemand mit dem Feuer gespielt. Geschehe Ihnen recht, wenn Sie diesen chemischen Dreck verhökern. Jo. Fängt schon mal spannend auf jeden Fall an, muss ich sagen. Können wir mal machen. Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Bleibt cool. Davies, komm mal auf. Bleibt Wasser. Wir sind hier blind. Okay, geht ihr vor. Hab hier auch kein Problem damit. Okay, Davies verloren. Aber dann gehen wir jetzt im ersten Stock. Der hat mich verhökern. Unterdrückungsfeuer und Rauch da. Die Waffe im Führrad aufstehend mit den Deckung. Der hat mich verhökern. Wow. Okay. Dann bin ich jetzt mal 0-gering. Klar. What the fuck? Okay, okay, okay. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte... Ich will küssen. Okay, äh, Rauch ist raus. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Ich gehe davon aus, ich habe ihn. Das Ganze ist, man kann trotzdem nachladen, obwohl man ein Ziel ist. Ich finde den Risiko nicht gemacht, eigentlich. Jo. Ah, da ist noch einer. Granate, Granate, Granate. Zurück, weg, ja. Hä, wo ist denn der Gegner, ey? Ich finde den nicht. Da ist einer. Okay, das war der vielleicht. Über Position, ey. Dann drücken wir den mal ein bisschen. Nur Granaten mit. Dankeschön. Ich sehe sie. Wow, 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 wow. Ja, meine Freunde, wie schaut's aus? Komm, komm, komm. Leider, man kann... Wer ist denn mit der Leiter oder so? Ja, das ist okay. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Darüber. Ohne Wunder, rücken wir mal vor. Ja, so wie ich es kenne, dass es ein bisschen Action ist, kommen wir wahrscheinlich so oder so zu spät. Gesichert, 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 gesichert. Da könnten Chemikalien drin sein, Masken auf. Auf geht's. Was zum Teufel? Sie haben den Strom abgestellt. Licht an. Hier nach. Hier drin ist es stockdunkel. Ich gehe gerne vor. Siehst du das? Lachen hier. Kontakt! Schnapp ihn! Wer ist erledigt? Ich gehe gerne vor, Jungs. Ich mache das gerne für euch. Krabbing! Aktivität auf dem Steg! Ich gehe gerne vor, Jungs! Nein, ich gehe nicht. Jo, auf dem Steg aber. Den sehe ich nicht. Aber da können wir gerne mal ein bisschen durchlöchern. Hm. Haben wir? Die Sound sind auch unterfallen. Äh, das ist auch unterfallen. Hm, Felix. Ganz genau. Äh, wenn die Munition auf den Boden aufkommt. Die Lernhülsen. Ja gut. Können wir da aufmachen? Achso. Felix, du bist auch blöd da. Ja, logisch. Braucht dich Strom. Ah, ich war immer wieder zu blöd. Da ist der Stromkasten. Da ist der Stromkasten. Wo ist das? Hey! Wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee. Spätznaß. Freihands am Watcher. Barkovs Söldner sind Spätznaß. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier weg. Negativ. Dein Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Ist das ja nicht. Freihands Ende. Sehen Sie nach, ob es das ist, weshalb wir hier sind. Wir machen die Laster starten. Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden. 3-1. Einpacken und zurück zur Babel. Verstanden. Rücken wir ab. Zeit zu gehen, CIA. Okay. Packen wir es. Darf ich mitfahren? Darf ich hinten mitfahren? Wo darf ich mitfahren? Oder? Ah, da vorne. An alle Stationen. Wir sind unterwegs zur Evakuierung. Sichert eure Sektoren. Gute Arbeit, Alex. Zum Treffpunkt für Evakuierung. Zurück. Watcher an 3-1. Ich schaffe sie. Ich schaffe sie. Ich schaffe sie. 3-1. Er ist um Hänker. Was ist das? Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das nicht. Colonel, Laszlo. General, meine Leute... Morris, Sie können wegtreten. Ja, Ma'am. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf, Laszlo. Fixen Sie es. General, Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. John. Maswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich hab ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Und das Briefing? War gerade. Hier ist Garrick. Terrorgefahr ist jetzt kritisch. Vermutlich mehrere Angreifer. Pumpenträger oder schlimmer. Scharfschützen in Position. Negativ, Sergeant. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen wir aus London kein Kriegsgebiet, klar? Ja, glasklar. Ende. Wir sind dann wohl allein, Leute. Wir schaffen das. Gehen wir es an, okay? Bestätigt. Sergeant. Achtung. Passt zur Beschreibung. Das sind sie. Saban Raven. Weißer Van. Mehrere potenzielle Kämpfer. Waffen gesichtet. Abfangmanöver. Roger. Solange kein Angriff droht. Nicht angreifen. Weißer Van. Links. Los, los. Sie sind hier, Brüder. Sie sind hier. Los. Polizei. Keine Bewegung. Die Hände hoch. Sofort. Auf den Boden. Sofort. Fuck. Rock ist tot. Sie haben ihn erwischt. Scheiße, Alter. Mist. Warum? Oh, scheiße. Das Zivilisten müssen hier weg. Die müssen hier weg. Sie ziehen sich zurück. Officer. Die gehen weg. Manche uns so machen. Äh, ich nehm' da. Komm. Ey, ey. Nein, über die einfach. Herrschaft, Zeit? Nee. Jetzt hat. Wie schießen die denn noch mit, ey? Da sind noch welche. Boah. Boah. Aus dem Haus raus. Ja, Felix, ist gut. Es war auch ziemlich dumm, mittendrin zu stehen. Aber gut. Oh, keine Decke zu nehmen, was er heißt. Das müsste er sich noch machen. Oh, lauf! Boah! Da kann man auch ein Schützimmer von vorne. Ich muss... Ich muss jetzt irgendwas sichern. Ich muss noch da hinkommen. Boah, scheiße. Alle Einheiten. Verdächtige im Tento-Gebäude und Singeln. Mögliche Geiselnahme im Umkreis bleiben. Was sind denn die? Da ist einer. Oh! Da hinten kommen jetzt aber keine mehr, oder? Da haben auch Polizisten noch. Und da bleiben sie hier unten. Muss eigentlich irgendwie zu der Gebäude vor. Ich muss das Gebäude pushen. Das war schon keine andere Wahl. Okay, okay, okay. Raven Saber 2. Explosion vor dem Tento-Gebäude. Beamte getötet. Verdammte Scheiße. Was ist der Status der Geiseln? Oh, 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 oh. Oh, gut, dass ich gerade gewonnen wurde. Vorhandene Einsatzpunkte halten. Oh mein Gott, wir dürfen jetzt an Captain Price' Seite kämpfen. Oh mein Gott, wir dürfen jetzt an Captain Price' Seite kämpfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Ecken überprüfen. Hier oben! Geiseln, da oben! Hilfe! 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 Helden wir uns! Hilfe bitte! Nehmt das ab! Bitte, nehmt ihr das ab! Sarchi, ich brauch sie hier! Hilfe! Ja klar, was mach ich? Ich gehöre nicht zu denen! Alle einhacken. Hier ist ein Mann mit einer Bombe am Körper. Bleibt auf Distanz. Es geht nicht auf! Können Sie ihm helfen? Ich versuch's! Ich will meine Welt nennen! Sie geht hoch! Ich schaff es nicht! Keine Tag! Ich schaff's nicht! Hilfe! Oh nein! Was ist das? Nein! Nicht! Nein! An alle! Bombe geräumt! Wir kommen raus! Sanitäter! Bleiben Sie ruhig! Wir bringen Sie hier raus! Verletzt? Bin okay! Dann los! Sie sind heute ein Held, Sergeant. Das hätte gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe's keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir. Ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo. Sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Haben Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir. Okay, Garrick. Mitkommen. Al-Katala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Ursykstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen. Oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim? Nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie was? Europa entgreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? General Barkos, Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Wir haben einen Atom. Merhaba, Leos Exanolix. Dann komm mit. Ohne die Tunnel wären wir tot. Russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Wir überfallen sie. Wie? Sprengsätze. Das wird sie aufscheuchen. Und lockt die Wachen von der russischen Basis weg. Dann können wir angreifen. Wir dürfen keine Option auslassen. Gehen wir zu weit, verlieren wir uns selbst. Wir greifen den Stützpunkt an. Viel Glück. Alex, nimm die Ladung in. C4 mit Fernzünder. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Dir auch. Jo. Dementsprechend hat es schon mal extrem krass begonnen, würde ich behaupten. Mal gucken, wie krass es in der nächsten Folge auch weitergeht. Nämlich, dass wieder das Stichwort Folge endet hier. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr natürlich auf meinem Kanal seid, denkt an die Glocke. Und natürlich immer schön das Däumchen nach oben drücken. Und natürlich, ganz wichtig, abonnieren. Bis dann. Ciao. Ciao.